Willkommen zurück auf Privatinvestor TV. Nicht nur wir Menschen haben einen Lebenszyklus, sondern auch Unternehmen haben einen selbigen und dieser kann verlängert werden, wenn man entsprechend in die eigene Zukunft investiert. Hier ist es wichtig, die Konkurrenz in Schach zu halten, seine eigenen Produkte kontinuierlich auszubauen und den Kundenbedürfnissen nachzugehen. Eine sehr wichtige Komponente hierbei sind die Forschungs- und Entwicklungsausgaben der Unternehmen, über die wir heute mit Ihnen intensiv sprechen wollen. Warum investieren Unternehmen viel in Forschung und Entwicklung? Sie möchten natürlich ihre Zukunft sichern. Sie wissen, es ist Konkurrenz vorhanden im Markt und man muss immer einen Schritt schneller sein als die Konkurrenz, um die Produkte möglichst zu einem guten Preis an den Kunden zu bringen. Darüber hinaus kann auch immer neue Konkurrenz hinzukommen, die dafür sorgt, dass das eigene Geschäftsmodell angegriffen wird. Also man darf sich nicht mehr ausruhen, man muss investieren. Des Weiteren möchte man natürlich durch neue Produkte auch neue Kundengruppen hinzugewinnen und so halt auch mehr Umsatz generieren in naher Zukunft. Das sind alles wichtige Sachen, die die Unternehmen angehen. Und man kann das auch aus dem Geschäftsbericht ablesen, indem man sich Bereiche anguckt, die direkt auf Forschung und Entwicklung konzentriert sind. Zum Beispiel eine gute Kennziffer sind halt die Ausgaben, die Aufwendungen in den Forschung und Entwicklungsbereich. Wie viele Millionen Euro oder US-Dollar hat das Unternehmen in diesem Bereich investiert? Natürlich ist es auch wichtig, wie viele Mitarbeiter sind eigentlich beschäftigt in diesem Bereich. Und natürlich als Resultat hat man nicht nur gute Produkte, sondern man möchte die Produkte auch schützen und das geht hauptsächlich über Patente natürlich. Hier ist es dann wichtig, dass sich die Unternehmen mit ihrer Technologie, die sie nicht abgeguckt haben, sondern selber entwickelt haben, sich ihr Wissen, ihre Fähigkeiten, aber auch Produktionsvorgänge, Materialzusammensetzungen, Verbindungen. Im Medikamentenbereich sind das dann Rezepturen, dass man sich die für eine gewisse Zeitspanne für die Zukunft dann sichern kann, weil man als Unternehmen quasi vorangegangen ist. Man hat die großen Ausgaben getätigt, unter Umständen auch Fehlversuche erleiden müssen. Das ist ja auch an der Tagesordnung. Gehört dazu. Denn nicht jede ausgegebene Euro oder Dollar wird ja automatisch in ein Patent umgewandelt. Und da möchte man dann insofern einen kleinen Ausgleich schaffen. Das kann auch eine Chance sein. Also ein Forschungsprojekt, was halt nicht funktioniert, wo es halt kein Patent gibt. Man dennoch sehr, sehr viele Leute, sehr viele kluge Leute in diesem Projekt beschäftigt hat. Und man kommt zum Entschluss, okay, die Marktbedingungen sind nicht optimal. Wir schließen das Projekt. Dann entsteht aber Kapazität für Neues. Weil man hat ja weiterhin sehr kluge Mitarbeiter. Die kann man in neue Bereiche reinrücken und eventuell entstehen dadurch auch Produktneuheiten, die den Kunden zufriedenstellen. Das heißt also, im ersten Moment ist es doof, wenn man vielleicht für sein Produkt keine Zulassung bekommt. Aber es kann auch eine Chance bilden. Wie kann man die Ergebnisse ablesen von guter Forschungsentwicklungsarbeit? Zum einen halt über die genehmigten Patente. So ein Patent kann man entweder selber für sich nutzen oder auch wieder weiterverkaufen und dadurch Verkaufserlöse erzielen. Darüber hinaus ist natürlich Produktneuheiten ein guter Faktor. Das heißt, wenn Sie sich für ein Unternehmen interessieren und das Unternehmen hat neue Produkte auf den Markt gebracht, dann gehen Sie hin, schauen Sie sich das Produkt an. Lassen Sie sich das Produkt mal ganz vernünftig erklären, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile und probieren Sie selber mal das Gefühl dafür zu gewinnen. Kann man mit diesem Produkt Umsätze generieren und kann man die Gewinne langfristig dadurch steigern? Was wir uns gerne auch ansehen, ist einmal die Anzahl der Mitarbeiter in der Forschung und Entwicklung und die kann man natürlich auch ins Verhältnis setzen zu der Gesamtanzahl an Mitarbeitern. Hier haben wir beispielsweise, wenn wir bei Nvidia reinsehen, da sehen wir, dass knapp ein Viertel bis ein Drittel der Belegschaft ungefähr in der Forschung und Entwicklung arbeiten. Also die testen die Produkte dann natürlich auch in Vorserien, Stadien, damit man da einfach technologisch vorangehen kann, damit man seine Marktstellung behaupten und auch ausbauen kann und damit man es immer wieder schafft, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Genau. Ja, so entwicklungsstarke Unternehmen investieren halt auch fast 20 Prozent des Umsatzes in die Forschung und Entwicklung, um immer neue Produkte auf den Markt zu bringen, die Kundenbedürfnisse besser erfüllen. Wer steckt gegenwärtig das meiste Geld in Forschung und Entwicklung? Es ist Amazon, gefolgt von Alphabet und Volkswagen. Das sind schon mal die drei großen Spieler, die aktuell sehr, sehr viel investieren. Aber das ist nur eine Momentaufnahme aus dem Jahr 2017 und 2018. Hier muss man das natürlich kontinuierlich verfolgen und auch über einen längeren Zeitraum betrachten. Nur dann kann man eine gewisse Aussage treffen. Ähnlich ist es bei der Aussage, wie viel des Umsatzes wird investiert in Forschung und Entwicklung. Und hier ist zum Beispiel Intel mit deutlich über 20 Prozent gegenwärtig vorne dabei. Was ich auch spannend finde, ist auch immer der Blick auf die Patente. Wie viele Patente wurden eingereicht und genehmigt? Um einen Patent genehmigen zu lassen, muss im Prinzip zum einen die Entwicklungsarbeit fast abgeschlossen sein, zum anderen muss aber auch eine gewisse Gewichtung vorliegen, weil es entstehen Patentkosten, die Anwälte müssen bezahlt werden und und und. Und das macht man eigentlich nur, wenn die Innovation wirklich auch Bedeutung hat. Und hier ist in den USA halt IPM führend, gefolgt von Samsung und Intel ist ja auch vorne dabei. Aber global gesehen, hätte man nicht gedacht, hat von den Patentfamilien Samsung aktuell die Nase voll, Nase vorn, Canon dahinter und IBM auch. Das sind schon interessante Ansätze, wo man daraufhin auch seine Analyse aufbauen kann. Da kann man sich die Frage stellen, was macht Samsung daraus? Können die dadurch, dass sie viele Patente haben, vernünftige Marschen generieren? Und da kann ich schon vorwegnehmen, das kommt auf der ihr Segment an. Also der Konzern ist recht komplex. Er hat viele unterschiedliche Bereiche und manche Bereiche sind wirklich margenstark und sehr solide. Hier ist also ein guter Ansatz für neue Analysen und wenn Sie Interesse daran haben, dann können Sie über die Basis Forschung und Entwicklung tiefer ins Unternehmen rein und nachhaltig Erfolge erzielen. shadows. Was ist hier für mich? Ja. Was ist hier für mich? Was ist hier für mich? Vielen Dank.